Heike, frühstücken mit Kindern, das kann eine echte Herausforderung sein. Was ist dein Geheimnis? Mein Geheimnis sind Cerealien. Wir haben Schoko-Schreddis und Zinni-Minis von Nestle probiert. Die Kinder finden die total lecker. Da ist auch Vollkorn drin und das ist mir sehr wichtig. Und deshalb schaue ich auf das grüne Banner auf jeder Packung. Mit Nestle-Cerealien schmeckt Vollkorn.